Erika hat keine Ahnung, was du vorhast. Hängst du schon wieder damit an? Ja, und ich bleibe dran, bis du mir endlich sagst, dass du doch nicht abtreiben lassen willst. Da kannst du lange warten. Mein Entschluss steht fest. Ich brauch dringend Nachschub. Sobald ich wieder flüssig bin, bekommst du dein Geld. Für diese Schecknummer gibt es keine Eintragung auf dem Nachweisblatt. Vielleicht hat sie es ja einfach nur vergessen. Vergessen? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Du hast ihre Unterschrift gefälscht. Jetzt komm bloß nicht auf die Ideen, es abzustreiten. Der Typ am Bankschalter hat dich ganz genau beschrieben. Also, gibst du es zu oder nicht? Ja, ich habe den Scheck eingereicht. Tja, ich fass es nicht. Du hast 7500 Mark gestohlen. Ach, Blödsinn. Ich habe das Geld nur geliehen. Kein Grund, sich aufzuregen. Das hätte ich nie von dir gedacht. Genauso wenig wie ich von dir. Ich erinnere nur an die Geschichte mit Babas Kreditkarten. Das war was ganz anderes. Das war es nicht. Aber hat erst mal gar keinen Verlust. Die 7500 liegen nämlich in ihrem Safe. Der Verrechnungscheck von Nick und Uli. Außerdem zahle ich ihr jeden Pfennig zurück. Warum hast du mich denn nicht gefragt? Ich hätte dir doch was geliehen. Ich weiß. Du hast mir schon mal was gegeben. Aber um eine so große Summe wollte ich dich nicht bitten. Das hättest du aber besser mal getan. Jetzt bekommst du nämlich Ärger. Ach, das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Wenn es dazu nicht zu spät ist. Die Bank will nämlich die Polizei einschalten. Du sollst dir Ninas wegen nicht diesen hübschen Kopf zerbrechen. Ich versuch's ja. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und jetzt habt ihr erst mal Abstand voneinander. Das ist wichtig. Und irgendwann findet ihr eure Unbefangenheit wieder. Willst du noch mal probieren? Ja. Prise Salz. Ich bin wieder da. Hallo, Millie. Hoffentlich hast du Hunger. Millie! Heute lohnt es sich aber wirklich. Ja, mal sehen. Ich deck schon mal den Tischchen. Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um mit euch darüber zu sprechen. Aber ich muss euch etwas sagen. Worum geht's denn? Eigentlich wollte ich mein Kind ja zur Adoption freigeben, aber... Jetzt willst du es behalten? Nein, ich lasse es abtreiben. Es kommen natürlich nur geladene Gäste und Leute von der Presse. Du wirst sehen. Unsere Eröffnungsfeier wird der Hammer. Was wollt ihr haben? Tee mit Rum ist neu auf der Karte. Äh, Milch hat lieber ein Kakao. Und ich ein Milchkaffee, bitte. Ich finde es übrigens klasse, dass du die Fotos hast. Habe ich auch große Lust zu. Ja, das kann ich mir vorstellen. Immer nur Bildchen für den Kirchenkalender, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber bei unserem Werbeprospekt kannst du dich so richtig austoben. Also ich habe mir Folgendes vorgestellt. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Was macht Dennis denn hier? Den habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und ich hatte gehofft, den nie mehr zu sehen. Hi! Und auch nicht mehr zu sprechen. Dann hast du dich zu früh gefreut. Ich darf mich doch setzen. Nein, 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 nein. Ich sagte doch bereits, es handelt sich um ein Missverständnis. Wir werden das intern klären. Ja, meine Mutter wird Ihnen das bestätigen, sobald sie von der Hochzeitsreise wieder zurück ist. Mhm, genau. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Und? Keine Polizei, du hast Glück gehabt. Musste ich's doch. Die Bank wird aber trotzdem mit Mama sprechen und dann hast du ein Problem. Allein schon wegen der gefälschten Unterschrift. Hab ich gesagt, hab ich nicht damit gerechnet, dass die Typen von der Bank merken würden, dass die nicht von Barbara ist. Bei so einer großen Summe sind die eben pingelig. Apropos. Wozu brauchst du eigentlich so viel Geld? Ich mein, du wohnst hier umsonst und fürs Essen musst du auch nichts bezahlen. Du weißt doch selbst, wie schnell das geht. Hier ein paar Klamotten, da ein paar Cocktails. Und schon ist wieder ein Tausender weg. Genau. Hoffentlich sieht Mama das auch so locker. Ich muss auf jeden Fall mit dir sprechen, bevor dieser Bankmensch sie erwischt. Mhm, das solltest du auch. Bei sowas versteht sie nämlich keinen Spaß. Als ich damals ihre Unterschrift gefälscht habe, hat sie mir die Hölle heiß gemacht. Ich werde dir das schon erklären. Aber lass dir bloß eine bessere Ausrede einfallen. Dass du das Geld für Klamotten und Essen brauchst, das nimmt sie dir nicht ab. Versteht ihr das nicht? Ich bin erst 17. Was soll ich denn jetzt mit deinem Kind? Aber du wolltest es doch adoptieren lassen. Warum auf einmal jetzt nicht mehr? Weil ich nicht weiß, ob ich es, wenn es so weit ist, überhaupt einfach so weggeben kann. Ich lasse es schon ein. Du weißt, wir würden alles für dich tun. Ja, natürlich. Aber die Verantwortung trage ich im Endeffekt. Und ich fühle mich einfach noch zu jung für ein Kind. Die ganze Verantwortung... Das ist ja gut. Ganz ruhig. Und ich glaube auch nicht mehr an die Sache, dass wir das Ganze vor Nick und Steffi geheim halten. Auch nicht, wenn ich in München bin. Da muss Oma für mich lügen. Das will ich auch nicht. Ich verstehe dich ja. Du musst im Moment auch viel aushalten. Das ist einfach besser so. Aber deine Entscheidung hat nichts damit zu tun, dass ich Arnos Heiratsantrag abgelehnt habe. Nein. Das heißt am Anfang schon. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich zu oft an euch gedacht habe. Arno, dich. Und vor allem an Steffi und Nick. Mich selbst habe ich dabei total vergessen. Dein Entschluss steht also fest. Ja. Es geht um mein Leben und sonst nichts. Und ich will mich vor niemandem verstecken oder schämen müssen. Ich will endlich wieder ich selbst sein. Mhm. Und in diesem Trainingscamp für Profifußball hast du dann so richtig groß Karriere gemacht, hm? Klar. Was denn sonst? Fein. Dann verdienst du ja demnächst so richtig Asche und kannst uns groß zum Essen einladen. Habt ihr's bald. Von mir aus gerne. Vor allem, weil das totaler Schwachsinn ist. Wieso? Haben sie dich zum Balljungen degradiert? Fast getroffen. Ich bin rausgeflogen. Da staunst du, hm? Es hat einfach nicht gereicht. Ich war nicht gut mit ihm. Aber du bist doch immer einer der Besten gewesen. Es ist gewesen, aber ich bin's nicht mehr. Beim Fußball ist es vorbei. Und was hast du jetzt vor? Erstmal brauche ich eine Unterkunft. Nach dem Rausschmiss konnte ich mir mein Apartment nicht mehr leisten. Also bin ich zu meinem Vater. Der hat mich aber auch rausgeschmissen. Hält mich für ein Versager. Oh Mann. Manchmal kommt es wirklich dicke. Ich hole es, was anderes zu trinken. Mama, du glaubst ihm ja wohl nicht diese Mitleidsnummer. Warum nicht? Hast du schon vergessen, dass er uns alle total verarscht hat? Und was er mit Nick gemacht hat, das weißt du ja wohl am besten. Dieses Foul beim Fußball. Wie lange lag Nick noch im Koma? Das war doch keine Absicht. Jedenfalls ist er ein fieser Typ. Und wenn es wirklich stimmt, was er gesagt hat, dann hat das mehr verdient als jeder andere. Ganz schön hart, was du da sagst. Menschen können sich ändern. Und mir tut er im Moment einfach nur leid. Mir aber nicht. Ich habe auch keinen Bock, mir seinen Gejammer weiter anzuhalten. Kommst du? Ich fände es unfair, jetzt einfach abzuhauen. Na ja, du musst wissen, was du tust. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mensch, Gero. Jetzt nimm dir die Absage nicht so zu Herzen. Was? Ach so, ja. Das heißt nein, natürlich nichts. Viele Unternehmen suchen Pharma-Referenten. Du findest sicher woanders was. Ja, genau. Und wenn du erstmal einen neuen Job hast, dann lösen sich all deine anderen Probleme in Luft auf. Schön wär's. Okay. Ich bin oben, ein paar Briefe schreiben. Hey, du machst das schon. Vergiss einfach die Absage und bewirb dich weiter, ja? Ja, klar. Pennings Sprüche sind ein echter Albtraum. Er will doch nur helfen. Ich sitze in der Klemme. Da nützen seine klugen Ratschläge auch nichts. Jetzt hör aber auf! Okay, du hast keinen Job. Und du hast doch diese Unterschrift gefälscht. Aber davon geht die Welt noch nicht unter. Ja. Irgendwie hab ich das Gefühl, du weichst mir aus. Gut. Was meinst du, warum? Ja, keine Ahnung. Sonst würde ich ja wohl nicht fragen. Dann lass es doch einfach bleiben. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Ich, ich will dir helfen und du redest dich mit blöden Ausreden raus. Klamotten und Essen kaufen, das nehme ich dir nicht ab. Ach, glaub doch, was du willst. Und lass mich endlich mit deinen blöden Vermutungen in Ruhe. Weißt du noch? Dein erster Modeljob. Wie aufgeregt du warst. Gott, erinnere mich bloß nicht daran. Bei den Aufnahmen selber warst du ja ganz cool. Aber vorher, vorher hast du die ganze Zeit an deinen Haaren rumgefummelt und dein Make-up gecheckt. Sitzt meine Frisur auch richtig? Was ist mit meinem Teint? Ich glaub, ich glänze. Ohne dich wäre ich nie ins Modelgeschäft eingestiegen. Früher oder später hätte man dich entdeckt. Du bist halt eine Frau mit Ausstrahlung. Nein, ehrlich. Das nötige Selbstvertrauen, das habe ich erst durch dich bekommen. Wie sagt man so schön, du hast an mich geglaubt. Und du hättest es auch ohne mich geschafft. Wie läuft es denn zur Zeit? Ach, ganz gut. Es entwickelt sich. Und wie geht's Nick? Ich meine, seid ihr zweimal... Wir wohnen jetzt zusammen. Nick, Uli und ich. Ist das echt nett. Prima. Ich hab später noch oft an Nick gedacht. Es tut mir leid, was damals passiert ist. Du hast ihn ja nicht absichtlich ins Krankenhaus befördert. Es war ein Unfall. Danke. Alle dachten, ich hätte es absichtlich getan. Aber es da war das Gegenteil. Jetzt mach dir mal keine Gedanken mehr. Es ist alles gut ausgedacht. Nur mit dem Fußball hat Nick jetzt endgültig abgeschlossen. Da haben wir ja was gemeinsam, Nick und ich. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann sag mir Bescheid. Ich helf dir gern. Ne von dir, aber ich muss das alleine schaffen. Ich hab morgen Vorstellungsgespräch und wenn das klappt, dann bin ich erstmal aus dem Brübschen raus. Echt? Um was geht's denn? Was mit Sport? Nee. Nee, eine ganz andere Richtung. Aber ich will noch nicht drüber reden. Oh, ich muss jetzt auch los. Also, ich drück dir die Daumen für morgen. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns. Bestimmt. Du, sag mal, was ist mit Nina los? Warum ist sie ausgezogen? Habt ihr euch gestütten? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Streit kann man das eigentlich nicht nennen. Das war eher eine kleine Meinungsverschiedenheit. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt sie am besten. Und dann fragt sie am besten selbst. Klingt ja geheimnisvoll. Wo ist sie hin? In die Pension? Sie macht Urlaub bei einer Freundin. In Paris. Zwei Wochen. So plötzlich? Sie hat nicht mal Tschüss gesagt. Millie, du isst ja gar nichts. Millie. Sogar unser Feinschmecker am Tisch hat diesmal nichts auszusetzen. Ja, das ist wirklich gut. Seid mir nicht böse, aber ich gehe nach oben, ja? Soll ich es dir aufheben? Nein, brauchst du nicht. So, allgemeiner Aufbruch. Ich wollte noch weg und muss mich davon noch umziehen. Tu dir keinen Zwang an. Dieser Eingriff morgen. Ich hoffe nur, dass Millie das alles gut übersteht. So eine Abtreibung ist keine leichte Sache. Und Millie ist noch so jung. Machst du dir Vorwürfe? Hm. Eigentlich schon. Obwohl ich weiß, dass das unsinnig ist. Erika. Du hast getan, was man als Mutter tun kann. Ich wünschte halt nur, ich könnte dir diese harte Erfahrung ersparen. Du kannst sie nicht vor allem schützen. Ich weiß. Hast du eine Ahnung, was zwischen Nina und meiner Mutter abgelaufen sein könnte? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht ist es für Nina Antwort sein geworden. Wir können manchmal ziemlich unerträglich sein. Du hast Angst nicht? Ja. Soll ich dich morgen begleiten? Das Liebe, aber brauchst du nicht. Dann komm ich dich besuchen. Es wird heute ambulant gemacht. Ich bin nach ein paar Stunden wieder hier. Kommt Erika mit? Bier. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Nimmst du mich in den Arm? Nein. 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 Mensch, da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht. Ich war im Park. So spät? Es ist doch schon stark finster. Ich muss einfach mal raus. Einen kleinen Kopf kriegen, sonst werde ich durchgedreht. Ich möchte mich bei dir entschuldigen wegen vorhin. Nein. Ich hab's einfach nicht mehr rausgehalten. Der ganze Druck. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, wie ich's dir sagen soll. Ich... Du hast bestimmt kein Verständnis dafür. Ach, Unsinn. Du bist mein Bruder und egal was du angestellt hast, ich halte zu dir. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Also? Du hast natürlich recht gehabt. Ich... hab das Geld nicht für Klamotten oder irgendwelchen anderen Kram gebraucht. Ich brauchte es für was anderes. Wir haben auch immer noch nicht geklärt, wer welche Aufgaben übernimmt bei der Ladeneröffnung. Also Frank ist DJ. Ich hab mit ihm gesprochen, als ich die Einladung vorbeigebracht hab. Und dann brauchen wir noch ein bis zwei Leute fürs Buffet. Und einer muss sich um die Presse kümmern. Hm, da komm ich ja genau im richtigen Moment. Hi. Äh, wo war's nur so lang? Im No Limits. Und ihr ratet nicht, wen ich da getroffen hab. Hi nur den Barkeeper. Ach, den könnten wir doch noch anhauen. Vielleicht will der sich ein bisschen extra Kohle verdienen. Ja, gute Idee. Wollt ihr nun wissen, wen ich getroffen hab, oder nicht? Mein Traummann? Nein. Dennis. Ja, und wegen dem machst du so einen Aufstand? Du wirst es nicht glauben, aber er hat sich positiv verändert. Außerdem geht's ihm dreckig. Ach, dann sieht er mal, wie das ist. Boah, was hat er denn? Potenzstörungen? Idiot. Er ist aus seiner Fußballmannschaft geflogen. Jetzt sucht er dringend einen Job und eine Bleibe. Sein Vater hat ihn vor die Tür gesetzt. Großartig, der Mann. Es gibt eben doch noch Gerechtigkeit. Ihr seid gemein. Habt ihr vergessen, dass Dennis damals Nick gerettet hat, als er im Krankenhaus lag? Ohne ihn wäre ich da jetzt gar nicht hingekommen. Und was er in Nicks Zimmer wollte, das interessiert mich heute noch. Ja, mich auch. Ach, jetzt weiß ich. Was er wollte? Nein, du hast nur Ohrring verloren. Das hat mich die ganze Zeit schon irritiert. Egal, war eh nicht teuer. Jetzt lass uns lieber mal klären, wer was bei der Ladeneröffnung macht. Steffi, wie sieht's mit dir aus? Gehst du ins Buffet? Mhm, kann ich machen. Brauchen wir nicht noch ein paar Helfer? Also, wenn du dabei an Dennis denkst, dann vergiss es ganz schnell wieder. Diesen Typen will ich in unserem Laden nicht sehen. Und das ist alles? Das ist doch schlimm genug. Mir reicht's jedenfalls. Weißt du, wie viele Leute schon ihren Job verloren haben und deswegen Schulden machen mussten? Jeder weiß doch, wie teuer New York ist. Du kannst nichts dafür, dass sie dich entlassen haben. Immerhin weißt du jetzt, wozu ich das Geld brauche. Ich muss die Kredite zurückzahlen. Soll ich dir noch was leihen oder kann ich dir sonst irgendwie helfen? Nein, nein, ist schon okay. Okay, du musst dir um mich keine Sorgen machen. Ich suche mir eine Arbeit und alles wird gut. Das klingt aber nicht sehr überzeugend. Doch, du wirst sehen. Ich muss nur ein paar Dinge klären und schon verläuft mein Leben wieder in geregelten Bahnen, wie man so schön sagt. Und das mit Mama, das kriegen wir auch in den Griff. Obwohl sie ziemlich sauer sein wird. Ich wusste keinen anderen Ausweg. Ach, Schwamm drüber. Sobald sie erfährt, dass dir wegen irgendwelcher Sparmaßnahmen gekündigt wurde, verzeiht sie dir. Wenn ich mal eine kleine Schwester nicht hätte. Was wäre dann, hm? Auf jeden Fall gäbe es dann weniger Stress. Kopf hoch, Millie. Hab keine Angst. Du machst das schon. Keine Frage. Hm? Hier. Der wird dich immer beschützen. Danke. Ich denke, es wird Zeit. Ja, lass uns gehen. Bis später. Ich bin früher zu uns. Für dich geht das gut. Aber die ist medizinisch in den besten Händen. Na ja, ich meinte eher, ob sie damit gefühlsmäßig klarkommt. Ja. Nächste Zeit wird schwer für sie. Ich stehe mir das echt beschissen vor. Ich meine, du weißt, da ist was Lebendiges drin, dass man ein Kind werden soll. Für das man Verantwortung übernehmen muss. Große Verantwortung. Wenn die viel zu dem nicht gewachsen ist, müssen wir akzeptieren. Ja, klar. Wow. Toller Laden. Richtig Nobel habt ihr es hier. Das wirkt sich gut, dass du kommst. Ich hätte dich heute eh noch angerufen. Wieso braucht ihr einen Manager oder einen Topmodel? Nein. Wir verkaufen vor allem Frauenklamotten. Hm. Hast du Lust bei unserer Eröffnung zu Kellnern? Ja, klar. Lass sie einrichten. Darüber hinaus, eine zweite regelmäßige Einnahmequelle wäre nicht schlecht. Also, ich habe nichts dagegen. Wenn du Zeit hast. Ich spreche nochmal mit Uli. Schreib doch einfach deine Telefonnummer in das Adressbuch da an der Seite, ja? Eigentlich wollte ich gestern Steffi schon fragen, ob man da jemanden braucht. Aber dir war der dann ein Gespräch vertieft? Du meinst mit Dennis. Ja, zum Fußballertypen. Der hat sie ganz schön angegraben. Naja, das haben wir alle schon mal. Ist doch kein Wunder, so wie die aussieht. Mach's gut, ne? Tschüss. Ja, ciao. Ich rufe dich an. Kommst du? Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Sander. Meine Tochter Milena hat jetzt einen Termin. Mhm. Gut, dann brauche ich die Überweisung des Arztes und die Bestätigung über das Beratungsgespräch. Gut. Dankeschön. Danke. Gut. Sie zahlen selbst? Ja. Dann nehmen Sie doch bitte noch einen Moment Platz. Es dauert noch ein bisschen. Danke. Hast du gehört, wir müssen noch weiter. Was? Morgen, Gero. Hallo. Willst du verreisen? Nein, ich muss zum Sport. Ich werde mich mal wieder ein bisschen bewegen. Na, dann machst du auch wie ich und gehe reiten. Äh, vielen Dank, aber ich trainiere lieber an Geräten. Zwecks Muskelaufbau. Ah, verstehe. Hast du denn ein vernünftiges Studio? Ich denke schon. Muss es mal antesten. Aber ich glaube, es ist ganz gut. Na dann, frohes Gewichterstimmen. Danke. 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 Hallo, Nick. Wie geht's dir? Gut. Aber ich glaube nicht, dass dich das wirklich interessiert. Hör mal, Nick. Was ich dir schon lange sagen wollte. Spar dir deine Mitleidsarien. Und vor allem, lass die Finger von meiner Freundin. Kannst du mir vielleicht sagen, was du hast? Ich habe mich mit Steffi ein bisschen unterhalten. Ja, ein bisschen geplaudert? Frag doch Steffi, sie wird ja auch nichts anderes sagen. Aber ich sage dir jetzt was. Steffi, kannst du vielleicht mit deiner Mitleidstour weichklopfen. Aber bei mir zieht das nicht, okay? So, sie sind jetzt dran. Es ist nicht schlimm. Sie spüren gar nichts. Komm, Kind. Du schaffst das. Bitte. Du schaffst das. Du schaffst das. Vielen Dank.